Langsam nervt es mich. Ich werde dieser Sache sehr überdrüssig. Du schon wieder? Warum verfolgst du mich dauernd? Nun? Zum Glück muss ich mich über so ein Benehmen nicht ärgern. Wenn du die Schmuck'in wirst, dann klacken. Oh, oh, oh. Du bist immer noch hungrig, mh? Hier, schluck die auch noch und verschwinde. Ich möchte meine Aufgabe ungehindert vollenden. Ich habe das ungute Gefühl, es braucht mehr als nur Bären, um deinen Hunger zu stillen. Ich möchte meine Aufgabe ungehindert vollenden. Ich möchte meine Aufgabe ungehindert vollenden. Vielen Dank.